Alter, wie hast du denn gemacht, wo er von wo er... Sprintet und dann drumrum. Ah, da war schon closer. Closer to the end. Alter, Nico. Noch mal, geh mal. Ja, ich werde so weggestrikt das Video. Ja. Weil du einfach so krass bist. Ich werde weggestrikt. Genau. Scheiße auf YouTube. Die nächste Challenge sieht eigentlich nice aus, die Holz-Challenge. Ich brauche noch ein paar Minuten. Sind noch schon bei 27. Ja? Nur? Ja, ja. Na, das hier ist. Oh, jetzt habe ich das Schild weggemacht. Doch, noch ein paar Minuten, bis wir bei 28 sind. Wie hieß denn die Challenge dann? Ja, jetzt müsst ihr rausfinden. Flip, glaube ich. Scheiße. Ich habe einen Pfeil aufgesammelt. Kobi? Ja? Ich habe einen Pfeil aufgesammelt. Und warum? Alter! Okay, sorry. Alter, was machst du denn da? Ich hätte Bock, so eine Pfeilkanone zu bauen. Ja, mach halt. Ich wüsste nicht mal genau, wie die geht. Ich habe einen Pfeil schießt, du? Nein, ey. Boah! Oh, Mann! Oh, Junge! Oh, Junge! Mein Junge! Boah! Komm, zeig mir mal, wie hast du den geschafft? Na, ich bin... ...gesprungen. Ja, warte kurz. Wann bin ich da? Das ist ein Scherz, oder? Also guck, du machst das so. Nein, warte. Nein, ich bin nicht hier gesprintet und drumrum. Weil ich das auch gar nicht hinkriege. Doch, sei ich easy. Du musst den wirklich relativ close... ...close eyes... Vorbeischregen. Wenn du auf Steuerung drauf bleibst und ein Gegenstand wegwirfst, du alle weg. Echt? Ja. Ah! Alter, du hast recht, du musst richtig nah dran springen. Ja. Alter. Wie langweilig war denn dir? Ein bisschen. Okay, ich würde sagen, das müssen wir auf jeden Fall abwechselnd machen, sonst war das nichts. ... ... ... ... ... ... ... Weißt du, das ist Pro-Gaming, ne? Ach so. Äh, ich hab's auch gepeilt. Ach, geht noch weiter hier? Wäre trotzdem easy, ne? Kein Ding! Hast du geschafft? Läuft. Okay. Läuft. Dann, ... 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 Oh, leck. Gut, bin durch. Also Fallschön ist es ja echt billig, also. Ja, gell? Kosten nix. Hahaha. Ach, ich krieg noch Pistazien raus, ey. Ich find die so mega lecker. Echt? Ja. Oh, jetzt bist du grad fertig geworden. Joa. Warte, warte, warte. Haha. Warte, 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 warte. Ne, ne. Ach, bin bereit. Hä, was? Oh. Das ist ja voll die Schnulli-Challenge. Schnulli. Höhöhöhöhöhöh. Das war der Grund, warum ich runtergefallen bin grad eben. Das war so klar. Ich wär auf nur Erster sein. Das war einfach so mega klar. Haha. Das war... Ich hätt... ich hätt es echt wissen müssen. Man kann dir nicht vertrauen. Also bei Adventure, da kann man niemandem vertrauen. Ne, das stimmt eigentlich. Round about. Hier ist ein fun and easy Level, Entschau. Haha. Gut. Da war wohl nichts, war? Haha. Erstmal Panik. das habe ich nie für eine anzeige die gehört eigentlich nicht ja schon geschissen gekriegt das sind meine koordinaten soweit ich weiß nicht also es müsste es auch kalle fragen weil ich heute mit weniger zu tun ich habe nur mitgebaut okay sieht gut aus auf jeden fall ja langsam gebraucht diese ganze kuppel dazu machen die kuppel das ist einfach mit wörter das wahrscheinlich drei sekunden okay wird durch okay das ist schon wieder zu leicht für mich weißt ja deswegen schaffst du es nicht ich gebe mir gerade ein paar erfahrungstränke ernsthaft surprise mother fucker au perfekt perfekt genau das richtige teil wenn wir das ist aber das hat sich hochklettern jedes wenn man springt und fehlschaden kriegt dass man dann so gebremst wird übrigens ja dann ganz schön assi aber ich springe der nicht boah wie schlecht der kommt ruhig kannst du dich mal alter ach der ist wieder pistazien äh mega geil also der versucht mich abzuknallen ne ich glaube ich mach die erst mal da auf voll geiler sound er macht ihr noch mal wenn wir schlafen gehen mach mal ein paar raketen oder so firework kann man die muss man extra craften hab ja kein bock drauf ein paar feuerbälle und schießt ja mal rum mit so einem spender am besten in der holz-challenge da kann man die nämlich überspringen wieso denn werfer ich hab nichts vor so ein scherz ich muss den richtig adjustieren genau richtung holz und ein bisschen TNT wieder wie beim kalender Alter wie krank das aussah wie das alles rausgeflogen ist mega geil Alter bist du behindert wie soll ich hier hochkommen Hintenbrems Ganga Bidda Bidda Woh Was Nein Ne Das ist natürlich scheiße ne Das ist nicht wahr ne Das ist doch ein Fake Das ist doch Quatsch Aber Minecraft ist sowieso ein ganzer Fake Das gibt's eigentlich nicht wir spielen in ner Traumwelt Genau Das ist alles fiktiv Ja gell voll nicht real Wie ältes Im Tundenland Das ist sowas für ein saulass geiles Spiel Ja Stimm ich mega zu Ich spiel's ja jetzt im Ähm Albtraummodus ne Ja genau So für den Fall dass du's nochmal verkackst ne Ich hab schon mal einen Knopfwerfer bereit Es schieß mich dann runter Wunderbaaar Aaaaaa Luigi In die Luft geht das mach mal Oh falsch platziert Aaaaaa Eiffel du darfst mich eigentlich gar nicht trollen gell Ja ich weiß Kommt mich mal wieder hoch Servus mindeste Ich muss ich muss es einfach mal ausprobieren Naja Ich fand's lustig Ganga Meine Glückstränke sind hier runtergefallen So weiter Ja check Ich hab ich auch Aber ich mach ihn zu Weil du ihn ähm Damit du nicht durchgehst So Boah Alter die sind mega lang Ja wie mein Penis Ne er nicht Schade Schade Oh Echt traurig jetzt Alter die sind echt lang Boah Alter Kubi Mach dich Bist du so ein Mongo gell Also wirft mir hier doch so ganz frech So die 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 So schlecht kriegen Alter du scheiß Du assi-pratzel ne Nein Aua War das nötig Was Ich hab nichts gemacht Ich auch nicht Okay War das nötig hier Oh du scheiß Noob Geil alter Geil Wie es aussah Weil es der schlechteste prank den es gibt Und ich fall perfekt drauf ein Er läuft einfach rein Pistazien weglegen Banga Nein Scheiße Sprint weg Was aber gut Jetzt Hab ich dich runtergehauen Ne Jetzt macht sie schließlich die Schuhe wieder an Er hat die Schuhe an Ah ok Boah die sind lang Ist das Schwierigkeitsgrad noch wie in der Season als auf 3 Nein Schade Ah stimmt da würden Monsters fahren Und zwar hätten wir ein paar andere Schwierigkeiten Stimmt Hunger Wie Enderdragons die hier rumfliegen würden Hä Ja wir sind im Ende Echt jetzt Spass Hä ich wollt grad sagen Du bist da nicht behindert Ich schaff das nicht ey Ich bin zu kompetent Ich heb bei 4 Bei 4 Block Meine Füße hoch so In der Hoffnung Ich spring's mit Denkst da springste weiter oder was Ja Oh nein Ich bin schon wieder so behindert runtergerutscht Meine Schnauze Alle ne Ach du Kannst mich mal Nein ich bin wieder gelaufen Aua Wie man halt immer irgendwie in der Seite runterfällt ne Ja Okay komm chill Okay Nee Willst du erstmal machen hier Alter Dein riesiger Name saust einfach mir vorbei Halte beim Netz musst du aufpassen aber ich lass dir mal die Hilfe da Weil ich so ein Liebob bin Gut lieb Niemals Okay dann mach ich sie wieder weg Nein Doch da kann sie zusehen Okay dann mach ich sie ya Ich bin schon wieder da Ich bin schon wieder da